das ist unser montag im weserbergland und der newsroom und die woche beginnt mit hannah hallo es gibt in hessisch eulendorf das wird auch die freunde die hundefreunde interessieren jetzt es gibt in hessisch eulendorf ein verbot für hunde richtig im rathaus und im bürgerbüro da sind hunde jetzt verboten das war vorher erlaubt jetzt gibt es das verbot warum weil es im bürgerbüro und im rathaus eine angestelltenbefragung gab und da haben viele angestellte geäußert dass die angst vor hunden haben die mitarbeiter genau was für eine angst könnte das sein dass die hunde einbeißen ja genau dass die hunde einbeißen oder man einfach nicht einschätzen kann wie die reagieren okay das kann ich ein bisschen nachvollziehen wenn so ein großer wauwau da vor einem steht der ein oder andere kommt eben mit hunden nicht so gut klar die konsequenz ist jetzt das verbot und wo bleiben die hunde die hunde müssen draußen warten dafür wurde jetzt ein schild angebracht an der tür das dann sagt dass hunde draußen bleiben müssen und ein neuer haken ist auch da wo man dann den hund anbinden kann es aber eine ausnahme gibt es genau für blinden hunde geht es nicht die dürfen weiter rein wie ist es eigentlich im landkreis oder auch in den städten drumherum wie ist das da zum beispiel in hameln dürfen hier die hunde ins rathaus in hameln nicht auch schon seit mehreren jahren nicht und in bad pyron auch nicht aber in ländlicheren gegenden wie kolbenbrüge zum beispiel ist es erlaubt okay also ihr seht so ganz neu ist das gar nicht aber zumindest in hessisch ollendorf gilt ab sofort und da ist eben neu das hunde verbot im rathaus mehr dazu könnt ihr lesen von hannah in der dienstags dbz die kommt morgen mit einem abo direkt in euren postkasten oder eben überall da wo es zeitungen gibt oder auch online auf dbz.de bis morgen